Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janek Brün und heute geht es weiter mit unserer Clean Code Tutorial-Reihe. In diesem Video wollen wir uns mal die Solid Design Prinzipien anschauen. Diese stellen eine sehr, sehr wichtige Grundlage für Clean Code dar und ja, deswegen behandeln wir das Thema einfach mal im heutigen Video. Stellen wir uns aber zuerst einmal die Frage, was die Solid Design Prinzipien überhaupt sind. Nun, Solid ist ein Akronym für 5 Design Prinzipien. Das Wort Solid besteht aus 5 Buchstaben und jeder dieser Buchstaben steht für ein Design Prinzip, das ja, dafür sorgt, dass dein Code solider und sauberer ist. Diese Design Prinzipien machen dein Software Design verständlicher, flexibler und einfacher zu warten und deswegen stellen sie auch für das Thema Clean Code eine sehr, sehr wichtige Grundlage dar. Eingeführt wurden diese Solid Design Prinzipien von Robert C. Martin, dieser ist auch bekannt als Uncle Bob und ja, das ist ein amerikanischer Softwareentwickler, welcher schon zahlreiche Bücher zum Thema Softwareentwicklung, Softwaredesign, Clean Code und so weiter geschrieben hat. Der hat also weitaus mehr zu diesem Thema geschrieben als jetzt die Solid Design Prinzipien, aber in diesem Video soll es nur um diese 5 Design Prinzipien gehen. Ich würde sagen, wir schauen uns diese 5 Solid Design Prinzipien jetzt einfach mal der Reihe nach an und ja, zu jedem Design Prinzip gibt es dann auch ein kleines Beispiel. Fangen wir also an bei dem Buchstaben S und zwar beim Single Responsibility Principle. Die Kernaussage von diesem Design Prinzip ist, dass eine Klasse nur eine Verantwortung haben sollte und es sollte nur einen einzigen Grund geben, warum man eine Klasse ändern möchte. Also kurz gesagt, eine Klasse soll nur für eine einzige Sache verantwortlich sein und wenn man merkt, dass man jetzt verschiedene Gründe hätte, diese Klasse zu verändern, weil es einfach verschiedene Verantwortungen gibt, dann sollte man vielleicht weitere Klassen bilden und ja, diese eine Klasse in mehrere aufsplitten. Was hat das für Vorteile? Naja, das hat zum einen den Vorteil, dass die Wartung einer Klasse stark vereinfacht wird dadurch. Wenn eine Klasse nur eine Verantwortung hat und nicht ganz viele verschiedene, dann ist diese natürlich einfacher zu warten, weil sie kleiner ist und übersichtlicher ist. Außerdem werden Seiteneffekte minimiert. Wenn eine Klasse nicht so viel Einfluss hat und es nur eine Verantwortung gibt, dann ist es natürlich klar, dass im Programm die Seiteneffekte durch diese Klasse sehr, sehr minimiert werden. Und allgemein kann man auch sagen, dass die Arbeit im Programmiererteams durch dieses Designprinzip besser aufgeteilt werden kann, denn jeder Programmierer kann dann an einer Klasse arbeiten, die für eine Sache zuständig ist und es arbeiten nicht alle Programmierer an zum Beispiel einer Klasse rum. Das ist also auch gerade für Programmiererteams weitaus besser, als wenn man jetzt eine Klasse hat, in der es viele verschiedene Verantwortungen gibt. Und ja, dementsprechend ist das auch in dieser Hinsicht ein sehr, sehr nettes Designprinzip. Aber schauen wir uns dazu einfach mal ein Beispiel an. So, da wären wir also in Visual Studio und ich habe schon ein einfaches Beispiel für das Single Responsibility Principle vorbereitet. Und ich sage sehr einfach, denn das ist ein wirklich sehr simples Beispiel und es soll hier ja nicht um den Code an sich gehen, sondern um das Prinzip. Und deswegen ist das auch simpel, wir haben auch nicht so viel Zeit. Wir haben ja noch vier weitere Designprinzipien vor uns. Was haben wir hier also? Wir haben eine Public Class Book, also eine Klasse, die Book heißt, also Buch. Und diese modelliert ein Buch. Wir haben hier also eine ISBN, einen Titel, einen Autor und eine Liste aus Strings, die Pages heißt. Und ja, jeder Index, also jeder Eintrag in dieser Liste ist der Inhalt von einer Seite. Jetzt haben wir hier verschiedene Methoden. Ich habe nur eine ganz ausgeschrieben, aber wir stellen uns mal vor, dass es hier jetzt Methoden gibt, die mit dem Management der Daten in dieser Klasse zu tun haben. Zum Beispiel, dass man umblättern kann und ja, den Inhalt der nächsten Seite als String zurückgeben lassen kann. Oder dass man sich einfach eine bestimmte Seite zurückgeben lassen kann. Und das sind ja alles Methoden, die mit dem Management der Daten hier zu tun haben. Und wir haben hier auch schon eine Sache herauserkennen können. Dieses Buch, also diese Klasse Buch modelliert ein Buch in unserem Programm und stellt einfach dessen Daten dar. Und man kann sich diese Daten zurückgeben lassen. Das ist also eine Aufgabe von dieser Klasse und das ist alles völlig in Ordnung. Jetzt haben wir hier aber eine weitere Methode. Und auf den ersten Blick ist das auch eine völlig okaye Methode in dieser Klasse. Und zwar heißt die Save Book to File. Und da wird einfach das Buch in einer Datei abgespeichert. Und das ist jetzt aber eine Sache, die mit dem Single Responsibility Principle bricht. Denn wir haben hier jetzt nicht nur noch eine Zuständigkeit, nämlich dem Management dieser Buchdaten. Sondern wir haben jetzt hier zwei Zuständigkeiten. Wir haben jetzt auch die Zuständigkeit, dass man das Buch persistent abspeichern kann, sodass man es irgendwann wieder laden kann. Und das ist natürlich hier ein Verstoß gegen das Single Responsibility Principle. Und das sollten wir ändern. Schauen wir uns doch einfach mal an, wie wir das Ganze konform zum Single Responsibility Principle umsetzen können. So, ich habe diese Klasse jetzt abgeändert. Wie du sehen kannst, haben wir hier immer noch die Klasse Book. Die hat immer noch dieselben Eigenschaften und immer noch dieselben Methoden für das Management der Daten in diesem Buch. Aber wie du sehen kannst, ist jetzt diese Methode zum Speichern des Buchs nicht mehr vorhanden in dieser Klasse. Das heißt, wir haben jetzt dafür gesorgt, dass dieses Buch wieder nur eine Zuständigkeit hat. Stattdessen habe ich jetzt eine neue Klasse angelegt. Die heißt Persistence. Und wenn wir die mal öffnen, dann sehen wir, das ist eine ganz einfache Klasse. Die hat nur eine Methode. Und diese Methode heißt Save to File. Und da kann man ein Buch übergeben. Und dann wird das Buch in eine Datei gespeichert. Und so haben wir jetzt dafür gesorgt, dass diese Klasse hier nur eine Zuständigkeit hat, nämlich das Abspeichern von Daten. Und diese Buchklasse hat die Zuständigkeit, dass hier halt ein Buch mit modelliert wird und man sich die Informationen über dieses Buch zurückgeben lassen kann. Und das war es dann auch eigentlich schon. Damit haben wir jetzt diese Zuständigkeiten getrennt und jetzt haben wir das Single Responsibility Principle auch wieder eingehalten. Und jetzt können wir hier diese Persistence Klasse auch nicht nur dazu benutzen, um ein Buch abzuspeichern, sondern vielleicht auch irgendwas anderes. Damit können wir jetzt einfach Daten in Dateien schreiben und das ist die Zuständigkeit dieser Persistence Klasse. Und ja, das war das Single Responsibility Principle. Kommen wir nun zu einem weiteren Design Prinzip und zwar zum Open Closed Principle, welches im Wort Solid durch das O vertreten wird. Was ist denn die Kernaussage des Open Closed Principles? Naja, die Kernaussage ist eigentlich eine ganz einfache. Softwaresysteme sollten offen für Erweiterungen sein, aber geschlossen für Modifikationen. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass man seine Software erweitern können soll, um neue Features ohne dabei bestehenden Code anfassen zu müssen. Aber warum ist das so? Warum sollte man das einhalten? Nun ja, dafür schauen wir uns einfach mal den Ablauf von Softwareprojekten an. Bei Softwareprojekten ist es ja so, dass zuerst die Anforderungen an das zu erstellende System herausgearbeitet werden. Und basierend auf diesen Anforderungen, die man herausgearbeitet hat, wird das System dann umgesetzt. Jetzt ist es aber so in der Realität, dass in der Praxis sich die Anforderungen immer im Laufe der Zeit verändern. Zum Beispiel durch neue Marktbedingungen. Und dass so ein Softwaresystem so aufgebaut sein sollte, dass man es auch erweitern kann. Denn wenn man ein neues Feature dann implementieren möchte, möchte man ja in der Lage sein, das so zu implementieren, dass der alte Code nicht kaputt geht. Und deswegen nimmt man das Open Closed Principle her und schreibt darauf basierend seine Software. Denn wenn man das nicht tut, dann kann man seine Software nicht wirklich richtig erweitern, ohne dass man das Risiko hat, dass bei der Erweiterung, beim Einsetzen der Erweiterung, alter Code kaputt geht. Und ja, deswegen nutzt man das. Aber wie funktioniert das? Das schauen wir uns jetzt einfach mal bei einem einfachen Beispiel an. So, da wären wir also wieder in Visual Studio. Und jetzt schauen wir uns mal ein einfaches Beispiel für das Open Closed Principle an. Ich habe hier schon ein paar Cluster angelegt. Und zwar habe ich einmal eine Rectangle-Klasse erstellt, also Rechteck. Und ja, damit kann man ein Rechteck modellieren. Und was wir hier haben, ist einfach eine Width und eine Height, also eine Breite und eine Höhe von diesem Rechteck. Und dann haben wir hier auch noch einen Konstruktor, mit dem man das Rechteck hier konstruieren kann. Da übergibt man also einfach die Width und die Height und dann werden damit die Eigenschaften initialisiert. So, jetzt haben wir hier neben dem Rechteck aber noch eine weitere Form in unserem Programm und zwar ein Circle. Und dieser Circle, also der Kreis, der hat einfach nur einen Radius und ja, damit kann man dann einfach noch im Konstruktor diesen Radius zusammenbauen, äh den Kreis zusammenbauen, meine ich mit dem Radius. Das heißt, wir haben zwei Formen und jetzt haben wir noch eine weitere Klasse in unserem Programm und die heißt Area Calculator. Und mit dem Area Calculator möchte man die Fläche von einer beliebigen Form berechnen lassen. Jetzt ist unser Programm aktuell noch so aufgebaut, dass wir hier jetzt zwei Methoden haben. Wir haben einmal eine Methode, die heißt Calculate Rectangle Area. Da kann man einfach ein Rectangle übergeben und dann wird davon die Fläche berechnet. Und es gibt noch eine weitere Methode, die heißt Calculate Circle Area. Damit kann man die Fläche von einem Kreis berechnen. Da übergibt man dann einfach einen Kreis und ja, dann wird hier die entsprechende Formel dann ausgeführt. Also es wird dann hier einfach die Fläche berechnet. Und das sieht auf den ersten Blick ganz okay aus. Was ist jetzt aber, wenn wir noch eine weitere Form hinzufügen wollen? Dann müssen wir für diese neue Form hier auch wieder eine neue Methode anlegen und da die entsprechende Formel dann reinschreiben. Und jedes Mal, wenn wir jetzt eine neue Form zu unserem Programm hinzufügen, wird sich diese Klasse Area Calculator hier komplett verändern. Wir müssen jedes Mal diese Klasse modifizieren, nur um eine einfache Formel hier noch mit reinzubringen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie man das Ganze besser machen kann, dass es auch dem Open Close Principle konform ist. So, ich habe das Programm jetzt so angepasst, dass es konform ist mit dem Open Close Principle. Das Wichtigste, was ich gemacht habe, ist erstmal ein Interface anzulegen namens E-Shape. Und E-Shape ist jetzt das Interface für alle Formen, die zu unserem Programm noch hinzugefügt werden. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Schnittstelle für alle Shapes. Und diese Schnittstelle gibt eine Methode namens Calculate Area vor, die einen Double zurückgibt. Das heißt, jede Shape muss jetzt selber eine Methode zur Verfügung stellen, mit der man ein Area, also die Fläche, berechnen kann. Dieses Shape habe ich auch implementiert, also dieses Interface habe ich implementiert in Rectangle zum Beispiel. Das heißt, wir sehen es hier, wir haben jetzt die Public Class Rectangle und die implementiert das Interface E-Shape und dementsprechend auch hier diese Methode Calculate Area. Und dann haben wir auch unseren Circle noch und der implementiert das ebenfalls. Wir sehen also hier E-Shape und wir haben hier auch die Calculate Area Methode von diesem Circle überschrieben. Und jetzt gehen wir mal in unseren Area Calculator. Der hat sich jetzt auch sehr verändert. Es gibt hier nämlich jetzt nur noch eine Methode und die müssen wir auch nie wieder verändern, egal wie viele Shapes jetzt noch zu unserem Programm hinzukommen. Das heißt, wir haben hier jetzt einfach eine E-Shape übergeben. Wir können jetzt statt den einzelnen Klassennamen wirklich hier einfach nur das Interface nutzen. Und das ist jetzt komplett gegen ein Interface anstatt den einzelnen Klassen programmiert. Das heißt, wir können jetzt hier einfach sagen, okay, Calculate Area übergeben wir eine Shape. Und weil wir wissen, dass die Shape eine Calculate Area Methode zur Verfügung stellt, können wir einfach den Wert davon returnen. Und damit müssen wir jetzt, wenn eine neue Klasse dazukommt, nehmen wir mal an einen Pentagon zum Beispiel, dann müssen wir da nicht erstmal wieder hier in diesem Area Calculator eine neue Methode hinzufügen. Und wir müssen dann auch hier nicht, ja, entsprechend die Einzelklasse selber ansprechen, sondern wir können einfach das E-Shape-Interface nutzen. Das heißt, wenn das Pentagon dazukommt, dann implementiert das einfach die Schnittstelle E-Shape. Und dann ist das Ganze offen für Erweiterungen, aber auch geschlossen für Modifikationen. Denn wenn was Neues dazukommt, muss etwas Existierendes überhaupt nicht mehr modifiziert werden. Und somit sind wir konform mit dem Open-Close-Principle. Kommen wir nun zum nächsten Design-Prinzip und zwar zum Liskovschen Substitution-Principle, welches im Wort Solid durch das L vertreten wird. Was ist die Kernaussage dieses Design-Prinzips? Das ist eigentlich ganz einfach. Die Kernaussage ist, dass eine Unterklasse stets alle Eigenschaften der Oberklasse erfüllen und immer als ein Objekt der Oberklasse verwendbar sein sollte. Eine Unterklasse sollte die Funktionalität der Oberklasse lediglich erweitern und nicht verändern oder gar einschränken. Das bedeutet, dass wenn wir eine Klasse haben, von der wir jetzt eine andere Klasse ableiten, dann soll die abgeleitete Klasse, die Originalklasse, nur erweitern. Sie sollte immer als ein Objekt der Originalklasse verwendbar sein und nicht die Funktionalität irgendwie verändern oder einschränken. Schauen wir uns das Ganze einfach mal in der Praxis an. So, und da wären wir auch schon wieder in Visual Studio und jetzt schauen wir uns mal ein Beispiel für das Liskovschen Substitution-Principle an. Ich habe hier schon was vorbereitet und zwar haben wir hier noch dieselbe Rectangle-Klasse wie aus dem vorherigen Beispiel, nur habe ich jetzt noch eine weitere Klasse erstellt, die nicht mehr ein Rectangle an sich ist, also kein Rechteck nur, sondern die ein Square ist, also ein Quadrat. Und diese Square-Klasse wird abgeleitet von Rectangle, also Square erbt von Rectangle. Jetzt besagt ja das Liskovsche Substitution-Principle, dass eine Unterklasse eine Oberklasse lediglich erweitern sollte. Und ja, das passiert hier eigentlich nicht, das sehen wir schon auf dem ersten Blick. Denn hier wird die grundlegende Funktionalität von diesem Rectangle komplett verändert. Wir haben hier nämlich die Eigenschaften Width und Height überschrieben in unserer Square-Klasse und dafür gesorgt, dass wenn man Width auf einen anderen Wert setzt, dass dann nicht nur der Wert von Width verändert wird, sondern auch der von Height. Also die Höhe wird, wenn wir die Breite setzen, auch an die Breite angepasst. Die müssen ja immer bei einem Quadrat gleich lang sein, diese Seiten. Und das gleiche haben wir auch bei der Eigenschaft Height gemacht. Wenn man Height setzt, wird Height verändert, ganz klar, aber Width wird auch auf denselben Wert gesetzt. Und jetzt können wir uns mal überlegen, ist das Ganze hier jetzt wirklich noch ein Rectangle? Also kann man dieses Square noch benutzen, als wäre es ein Rectangle auf dieselbe Art und Weise? Oder haben wir hier jetzt das Liskovsche Substitution-Principle gebrochen? Und wir sehen eigentlich schon, dass das hier gebrochen wurde. Denn die Rectangle-Klasse wurde nicht um Funktionalitäten erweitert, sie wurde in ihrer Funktionalität verändert. Und das darf man eigentlich nicht, wenn man hier nach dem Liskovschen Substitution-Principle arbeitet. Viel einfacher wäre es gewesen, wenn wir statt einer Ableitung der Rectangle-Klasse einfach eine neue Klasse erstellt hätten, die Square heißt, und dann diese entsprechenden Funktionen mit sich mitbringt und dann auch nur einen Längenwert hat für alle Seiten einfach. Und was noch einfacher gewesen wäre, wäre, wenn wir einfach hier in der Rectangle-Klasse eine neue Methode erstellt hätten, mit der man einfach prüfen kann, ob dieses Rectangle ein Quadrat ist, also ein Square. Zum Beispiel könnten wir hier einfach eine Methode erstellen, die ein Boolean zurückgibt, die heißt, istSquare. Und dieser Boolean ist dann einfach entsprechend hier ein Boolean, der von einer Abfrage zurückkommt. Wir returnen hier einfach folgende Abfrage with das gleiche wie Height. Und wenn das so ist, dann wird hier ein True zurückgegeben. Wenn das nicht so ist, wird ein False zurückgegeben. Und damit können wir dann einfach gucken, ob es sich hierbei um ein Square handelt. Du hast jetzt also gesehen, dass eine Unterklasse eine Oberklasse lediglich um Funktionalitäten erweitern sollte, die Grundfunktionen aber nicht verändern sollte. Eine Unterklasse sollte immer noch genauso behandelt werden können, wie ein Objekt der Oberklasse. Ja, das ist das Liskovsche Substitution Principle. Kommen wir nun zum nächsten Designprinzip, und zwar zum Interface Segregation Principle, welches im Wort Solid durch das I vertreten wird. Das ist das vorletzte Designprinzip, und die Kernaussage ist eigentlich eine ganz einfache. Und zwar ist die Kernaussage die, dass zu große Schnittstellen in kleinere Schnittstellen aufgeteilt werden sollten. Wenn wir also merken, dass zum Beispiel in einer Schnittstelle, also in einem Interface, zu viele Methoden vorgegeben werden, dann sollten wir darüber nachdenken, diese in weitere abgesplittete Interfaces auszulagern. Aber schauen wir uns das Ganze einfach mal an einem kleinen Beispiel an. So, da wären wir also wieder in Visual Studio, und jetzt schauen wir uns das Interface Segregation Principle mal an einem kleinen Beispiel an. Ich habe hier schon ein Interface erstellt, das heißt eCharacter, und mit diesem Interface können wir Charaktere für unser Videospiel entwickeln. Wir haben hier also verschiedene Methoden vorgegeben, die so ein Charakter in unserem Videospiel haben soll, zum Beispiel Void Shoot, Void Swim, Void Talk und Void Melee Attack, also Nahkampfangriff. Und ja, jeder Charakter in unserem Spiel, also jede Klasse, die ein Charakter modellieren soll, implementiert dann einfach dieses Interface, zum Beispiel unsere Klasse Goblin. Wir haben hier also ein Goblin, und dieser Goblin implementiert natürlich das eCharacter Interface, und dementsprechend werden all diese Methoden hier natürlich auch implementiert, und das müssen wir auch, weil das Interface diese ja vorgibt. Jetzt haben wir hier ein Problem. Dieses Interface hat ziemlich viele Methoden, die vorgegeben werden, die sehr unterschiedliche Sachen machen. Und dementsprechend können wir mal überlegen, kann man das Interface nicht vielleicht sogar in mehrere kleinere Interfaces aufsplitten? Denn beim Goblin ist es zum Beispiel so, der soll jetzt zum Beispiel nur eine Melee Attack machen können, weil, naja, ein Goblin ist ja so ein Wesen, das eher draufkloppt, und ja, schießen kann er wahrscheinlich nicht, dafür fehlt die Intelligenz, und sprechen kann er wahrscheinlich auch nicht, der Goblin, weil, ja, der menschlichen Sprache wird ja nicht mächtig sein. Er kann aber vielleicht zum Beispiel sogar schwimmen. Und jetzt brauchen wir also hier in diesem Goblin nur die Swim-Methode und die Melee Attack-Methode, und die anderen implementieren wir jetzt einfach nur, weil sie vorgegeben werden. Und das ist natürlich blöd. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie wir mithilfe des Interface Segregation Principles dieses Interface in mehrere Interfaces aufsplitten können. Ich habe jetzt das Interface E-Character in mehrere verschiedene Interfaces aufgeteilt, und zwar haben wir jetzt hier einen E-Talker, der eine Talk-Methode vorgibt, wir haben E-Shooter, das gibt eine Shoot-Methode vor, E-Swimmer, das gibt eine Schwimm-Methode vor, und E-Melee-Attacker, das gibt eine Melee-Attack-Methode vor. So, und jetzt können wir unseren Goblin nochmal anschauen. Wir haben jetzt hier eine komplett leere Klasse, und wir können jetzt hier einfach sagen, okay, ein Goblin soll zum Beispiel ein Schwimmer sein, beziehungsweise, nee, kein Schwimmer, Goblins können nicht schwimmen, denke ich mal. Wir sagen, er soll ein Melee-Attacker sein. So, also sagen wir einfach hier E-Melee-Attacker wird hier implementiert, und wir können auch noch irgendwas anderes implementieren. Okay, sagen wir einfach, unser Goblin kann noch schwimmen, also implementieren wir jetzt hier einfach auch noch E-Swimmer. So, und jetzt müssen wir natürlich hier das Ganze noch implementieren, und jetzt haben wir hier unseren Goblin, und somit haben wir jetzt diese verschiedenen Methoden in mehrere Interfaces aufgesplittet, und so, dass wir jetzt nicht ein Rieseninterface haben, sondern mehrere kleine Interfaces, die auch ein bisschen mehr Sinn ergeben. Und so können wir unsere Klassen dann auch nur mit den Dingen ausstatten, die sie auch wirklich brauchen. Das ist also das Interface Segregation Principle an einem sehr einfachen Beispiel gezeigt. Kommen wir nun zum Dependency Inversion Principle. Das ist das letzte der fünf Designprinzipien, und das wird im Wort Solid durch den Buchstaben D vertreten. Nicht erschrecken, die Definition von diesem Designprinzip ist ziemlich, ja, kompliziert, also ziemlich abstrakt, aber dahinter verbirgt sich ein eigentlich einfaches Prinzip. Schauen wir uns die Definition aber einfach mal an. Klassen höherer Ebene sollten nicht von Klassen niederer Ebene abhängen, und beide sollten mittels Schnittstellen abstrahiert werden. Und die Schnittstellen sollten nicht von Details, sondern die Details von den Schnittstellen abhängen. Was bedeutet das? Ganz einfach gesagt bedeutet das, dass wir gegen Schnittstellen programmieren sollen. Das heißt, die Klassen unserer höheren Ebene sollen nicht mit dem Low-Level-Code direkt kommunizieren und diesen ausführen, beziehungsweise anstoßen, sondern es soll gegen Schnittstellen programmiert werden. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal in der Praxis an. So, da wären wir also in Visual Studio, und jetzt schauen wir uns das Dependency Inversion Principle mal in der Praxis an. Ich habe hier schon was vorbereitet, und zwar habe ich ein Projekt und hier gibt es eine Klasse, die heißt Software Project. Das ist unsere High-Level-Klasse. Und diese High-Level-Klasse nutzt Low-Level-Klassen namens Frontend Developer. Die habe ich hier. Dieser Frontend Developer, der hat eine Methode, die heißt Write Java Code. Und dann gibt es noch einen Backend Developer, und der hat eine Methode namens Write JavaScript Code. Und in unserem Software Project werden diese Klassen hier benutzt, um dann in der Methode Create Program das Programm umzusetzen, das dieses Software Project darstellt. Da wird dann also der Backend Developer genutzt, und da wird Write JavaScript Code aufgerufen, und der Frontend Developer wird genutzt, um Write Java Code aufzurufen. Und ja, was wir hier direkt erkennen können, diese High-Level-Klasse Software Project ist direkt gekoppelt an die Low-Level-Klassen. Die Low-Level-Klassen werden hier wirklich mit ihren Namen verwendet, und das verstößt natürlich gegen das Dependency Inversion Principle. Hier wird nicht gegen Abstraktionen programmiert, sondern gegen die konkreten Klassen, und das wollen wir natürlich verhindern. Deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie man das hier besser umsetzen könnte, sodass es mit dem Dependency Inversion Principle auch konform ist. So, ich habe das Ganze jetzt mal aktualisiert und mit dem Dependency Inversion Principle konform gemacht. Ich habe eine neue Schnittstelle hinzugefügt, und die habe ich Developer genannt. Diese Schnittstelle gibt einfach eine Methode namens Develop vor. Du siehst schon, hier ist die Schnittstelle jetzt nicht von den Details abhängig, also zum Beispiel Develop JavaScript Code oder Develop Java Code, sondern hier wird einfach nur gesagt, Develop. Was dann im Endeffekt passiert, ist hier jetzt erstmal egal. Diese Schnittstelle habe ich dann in den Frontend Developer implementiert, also wir sehen, der implementiert diese Schnittstelle, und in der Develop Methode von dem wird einfach Write Java Code aufgerufen. Das ist ja die Methode, die wir hier haben. Das heißt, der nutzt jetzt diese Schnittstelle, und über die Develop Methode wird dann seine Entwicklungsmethode aufgerufen. Genauso haben wir dann hier im Backend Developer dasselbe. Hier wird auch die Schnittstelle Developer implementiert, sowie dann eben deren Methode Develop, und in der Backend Developer Develop Methode wird einfach dann die Write JavaScript Code Methode aufgerufen. Und wenn wir jetzt mal ins Software Project schauen, dann sehen wir, dass sich das Ganze auch verändert hat, und das Software Project, diese High-Level-Klasse, ist jetzt überhaupt nicht mehr gekoppelt an diese Low-Level-Klassen, Frontend Developer oder Backend Developer. Die hat damit gar nichts mehr zu tun und nutzt nur noch diese Developer-Schnittstelle. Wir haben jetzt also eine neue Liste hier angelegt aus Developern, die heißt Developer Team, und diese Schnittstelle, die wird dann hier in der Create Program Methode genutzt, um einfach jedem Developer zu sagen, dass er developen soll. Also wir durchlaufen jeden Developer Dev in Developer Team, und sagen dann einfach, hey Developer, develop mal bitte für mich. Und somit wird dann die entsprechende Methode in den Unterklassen dann auch ausgeführt, also in den Low-Level-Klassen meine ich. Und ja, dann ist das Ganze komplett entkoppelt von den einzelnen Low-Level-Klassen. Das ist also das Dependency Inversion Principle. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man das anwendet. Und ja, in diesem Sinne waren das jetzt die Solid Design Prinzipien. Das war's dann also mit diesem Video. Falls du mehr zum Thema Solid Design Prinzipien und Design Patterns lernen möchtest, und das Interesse hast, deine Entwicklerfähigkeiten auf das nächste Level zu bringen, dann schau jetzt unbedingt mal in die Videobeschreibung, denn dort befinden sich zwei Links. Einmal ein Link zu unserem C-Sharp Design Patterns Masterkurs, und einmal ein Link zum Java Design Patterns Masterkurs. Das sind extrem umfangreiche Videokurse mit über 13 Stunden Videomaterial, in welchen du alles zum Thema Design Patterns und sauberes Software-Design lernst. Wenn du bereits programmieren kannst und dich fragst, wie du zu einem noch gefragteren und besseren Entwickler werden kannst, dann sind diese Kurse wirklich genau das Richtige für dich, und sie werden dir auf jeden Fall sichtbare Ergebnisse bringen. Denn du lernst in diesen Kursen wirklich unglaublich tolle Konzepte kennen, die die Qualität deines Codes massiv steigern werden. In diesem Sinne war es das mit diesem Video. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da, und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne verabschiede ich mich, und wie gesagt, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen!